Ja, Hallöchen und Willkommen zurück zu Lost in Play. Wir sind wieder am Start und wir können aufsichtig Sachen machen. Ui, okay, ich soll den Drachen steuern. Was soll ich machen? Äh, vielleicht nicht dahin? Äh, okay, ist das gut so? Weiß ich nicht. Äh, was macht das? Da, hui, ja, hui, noch ein hui, 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 hui. Ah, okay, es spielt keine Rolle, dass ich an die Drachen reinkomme oder nicht. Uh, ah, da ist er wieder. Das ist so bekloppt. Oh, oh nein. Oh, oh, okay, gut. Mhm, wir müssen da hinkommen und ich bin der König. Der König der Frösche. Und die Lächeln. Okay. Alles klar. Na denn? Was? Was? Oh, okay. Hier ist es aber sehr hell dafür, dass es Nacht ist, ne? Ja, Piks. Wer bist du denn? Oh, meine Güte. Ich sehe ein Mega-Claim hier. Uh. Hallo. Hallo. Na? Wir sehen ja noch mehr von diesen Lustigen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss hier gerade mal durch. Verzeihung. Verzeihung. Okay. Piks. Das geht gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ei, 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 ei. Mache ich das hier richtig? Oder ist das so wie... Oh, warte, 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 nicht so schnell. Äh, 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 oh nein. Oh nein. Pack den doch hinter... Äh. Oh nein. Ach, er schon wieder. Oh. Er schon wieder. Okay, welcher Spielgefährte ist das denn wohl? Hm. Nun. Ja. Und er hat sogar seine eigene Münze. Hallo. Oh. Oh. Hm. 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 Sieht aber gar nicht gut aus. Oh, jetzt sieht er wieder besser aus. Orangina, Ballona. Katschopula, Kensen, Mann. Musst du gucken. Musst du gucken zu. Wo ist sie? Musst du gucken zu. Okay. Und? Äh. Wir sind auf einer fliegenden Insel. Wir sind auf einer fliegenden Insel. Und da ist ein Schloss. Oh. Hallo. Ach, du liebe Zeit. Oh, meine Güte. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Mhm. Ganz klasse. Ganz klasse. Warte mal hier. Nee, ich kann nur nach unten gehen. Also ist schon in Ordnung. Ganz unten. Im dunkeltiefsten Kerr. Oh, was ist das denn? Äh. Nee, klar. Sicher. Warum eigentlich nicht? Da ist, da ist auch noch was. Oh. Gua. Tch. Tch. Oh, ist das verkloppt. Aber wir haben noch nicht alles gesehen, ne? Hä, nee. Wir haben noch nicht alles gesehen. Sonst käme ich hier wieder raus, ne? Aber nach rechts und links bringt es irgendwie gar nicht. Er sitzt im höchsten Turm. Da, 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 da. Oh, nein. Natürlich, die Prinzessin ist im höchsten Turm gefangen. Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Ja. Spitzenplan. Okay. Ja, ist gut. Also, wir müssen ein paar Sachen auftreiben, ne? Eine Blume, ein Wagen und was war das dritte? Äh... Gut, ja. Okay, wir können doch rausgehen. Dann gehen wir doch mal raus. Was denn? Oh ja, vielen Dank. Was ist das? Äh... Okay. Uh... Na, sehen wir einen an. Okay, Hühnchen möchte wohl nicht. Guten Tag. Okay, hüpf, 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 hüpf. Da ist das Hühnchen ja. Da sind aber fiese Typen. Äh... Was ist das denn hier? Äh, okay. Eine Vogelscheuche. Ein Magazin für Vogelscheuchen. Nein, das ist nicht dein Ernst, ne? Es gibt ein Magazin für Vogelscheuchen. Oh, meine Güte. Okay. Ja, ist cool. Ja, ist voll schön. Hm. Kann ich eine mitnehmen? Hä? Hä? Ne, wohl nicht. Hm. Keine Vögel erlaubt. Hey. Oh, warte. So? Jetzt geht's. Hm? Okay, wir kriegen den Wagen, wenn... wir eine Vogelscheuche organisieren. Juhu. Okay. Hm. Gut. Die... Die fehlen zwei Schafe. Die fehlen zwei Schafe. Ah, das ist ja blöd. Guten Tag. Hm. Was haben sie gestern um diese Zeit gemacht? Sagen Sie die Wahrheit. Hm. Genau so. Oh, da fehlt ein Dreher oben drauf. Okay. Kommt mir das so vor? Da werden die... Uh. Hey. Ah. Mr. Schafe. Hey. Hm. 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 Musik. Mhm. Mhm. Klar. Noch was? Nee. Wohl nicht. Was ist hier? Irgendwas interessantes? Nö. 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 Okay. Gut. Moin. Ja. Ist ja gut. Ja. Okay. Guten Tag. Na. Das ist mir ja ein Hühnchen. Oh, guck mal. Da ist ja eins der Schafe. Kuckuck. Hm. Wir müssen das irgendwie anlocken, ne? Ich weiß aber noch nicht wie. Guten Tag. Guten Tag. Hm. Okay. Gut. Also, ich brauche für dieses Kartenspiel 10 Münzen. Na gut, fein. Äh. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt zuerst? Da kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hüpf. Ja. So, warte mal. Du brauchst doch bestimmt die Musik, ne? Hm. Hm. Äh. Oh. Ah. Warte mal. Da oben? Ah. den Kopf. Was kann ich da machen? Geht nicht. Na gut. Was haben wir hier noch? Schlammer, schlammer, schlammer. Du hast... Was ist das? Achso, eine von den Münzen. Cool. Krass. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Sachen klauen. Aber mit dir sprechen kann ich nicht, ne? Den BH kann ich den mitnehmen. Nein, das machst du nicht wirklich. Oh. Hi und grins. Kann das Kind irgendwas... Mag das Kind wohl... Wohl die... Warte mal. Mag das Kind wohl die Bildchen von den... Nicht? So. Okay. Jetzt zeigen wir dem... Ja, 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 ja. Warte. Jetzt zeigen wir dem Kind die Bilder. Nicht? So. Nee, kann ich mit dem Kötchen. Bäää. Okay, hatte nicht besonders beeindruckt. Na schön, kommt später. Marita Curicu Fluri. Hm. Okay, da geht's nicht lang. Na schön. Was haben wir sonst noch? Da komm ich echt nicht runter? Nee, da komm ich echt nicht runter. Da ist er doch wieder. Hey, yo. Ha. 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 Hm. Braucht er einen Magneten. Kommt mir das so vor, oder werden die Rätsel immer komplexer? So. Ja. Uh. Wie konnte das passieren? So. Und jetzt hier. Du. Nee, Moment. Ja. Nicht! Das funktioniert nicht. Ach, das ist ja doof. Aber vielleicht ist das auch nur Teil 1 für unseren, ähm, für das Dings da. Ach so, das hat ja nicht funktioniert. Für die Vogelscheuche, ne? Kann das sein? Hüpp, hüpp. Okay. Äh, so. Dann gucken sie doch mal hier oben. Nicht? Das funktioniert nicht? Bist du sicher? Na gut. Hm. Ja. Dann weiß ich aber jetzt auch nicht weiter, Lou. Da oben geht's noch hoch? Äh. Hm. Vielleicht. Ja, das funktioniert. Okay. Access granted. Na so, ach, na super. Ja, Ast rein. Warte mal. Komme ich da nach rechts rüber? Oder links rüber? Halt! Da komme ich rüber. Da kommt... Nee. Äh, hier bin ich nicht hier. So. Warum komme ich denn da nicht ran? Wie eben kam ich da ran? Das war ein Zufallsfunk, ne? So. Okay, Nummer 1 hätte ich schon mal. Cool. Voll gut. So. Da ist der Big Boss. Und da... Uh. Na, da möchte ich vielleicht noch nicht hin. Das... Äh. 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 Oh, das war nicht gut. Hm. Gibt's keine Möglichkeit? Nee, ich sehe noch keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Sagen wir hier erst mal Tag. Komm. Hm. Hm. Hm? Hm? Ha, 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 ha. Naja. Ah, ha, 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 ha. Äh. Was?! Ja, hä, haa. Was?! Was? Was? Keine Ahnung. Möhrchen? Ich weiß nicht genau, was soll ich tun? Hm. Also, Mensch. Nach unten. Nee, ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Äh, Mensch. Da taucht immer wieder ein anderes Bild auf. Das Gleiche. Das Möhrchen kommt auch häufiger vor. Halt, da war es doch eben. Warte. So, alles vier Menschen. Ist nicht das, was sie wollen. Okay, Waffen. Ich weiß nicht genau, was gefördert ist. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was hier drin sein könnte. Ich habe natürlich auch nicht darauf geachtet, was da vorher an, was er gedacht hat. Also offensichtlich nicht so, ne? Können wir nochmal nach unten gehen? So, und er erklärt uns das nochmal. Nein, no way. Nein, er zeigt es uns nicht nochmal. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Hm. Ich weiß es nicht. Wir können alles Mögliche ausprobieren. Aber ist das eine klare Entscheidung? Da sind, warte mal, es sind das Quadrat. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, wir werden das auf gar keinen Fall ausprobieren. Muss ich hier echt nochmal nachsehen? Das wäre aber ungünstig. Okay, ich beschleunige das Ganze mal hier. Moment, kann es sein, dass das die Anzahl der Ecken ist? Quadrat, gibt es da noch was anderes? Ja, oh, warte, Mr. West gewesen. So. Drei. Das hat vier. Das ist eine Blume, ne? Das ist sie auch tatsächlich nicht. Und da war auch eine Drei. Drei. Nein, das ist es scheinbar nicht. Also, hier komme ich gar nicht weiter. Aber es gibt... Ah! Es gibt hier Hinweise. Der Kreis ist der Mensch und das Dreieck ist die Pflanze. Okay, also. Der Kreis ist der Mensch und das Dreieck ist die Pflanze. So. Ja, nach unten bitte. Und dann haben wir bestimmt hier noch mehr, ne? Das schränkt die Möglichkeit... Oh, warte mal. Der Pfeil ist auch Pflanze. Warte mal. Pfeil ist Pflanze. Na? Ja, gehen wir nach oben. Okay. Da ist... Guck mal, da sind die Quadrate. Da wohnt mit dem Smiley da in der Mitte. Hm. Da, äh... Das da auf der rechten Seite, da... Das ist der Busch. Da ist ein Schwert drin. Warte mal. Das mache ich gerade mal. Busch. Da ist ein Schwert drin. Oh, das war's schon. Siehste? So geht das nämlich. Ja. Hä? Ja, nun. Gib her. Ich hab's mir verdient. Ja, vielen Dank. Oh. Okay, vielen Dank. Mucho, muchas gracias. Das ist so bekloppt, diese Vögel. Das ist so bekloppt. Okay. Ja, haben wir am Start. Sehr gut. Ähm, okay. Hier, da. Nee, da nicht. Aber hier sollten wir den da anbringen können. Aber wir haben noch kein Gefäß dafür. Okay, die stehen drauf. Damit können wir die anlocken. Was? Was? Was ist? Okay, die sind zu allen so. Aber warte mal, kann ich da jetzt die Flasche mitnehmen? Was ist das denn los? So, hier. Ähm, möchtest du? Ihr seid doch so scharf da drauf, ne? Na, komm. Ausgezeichnet. Mhm. Ausgezeichnet. Okay. Damit haben wir das zweite Schaf am Start. Ähm, nee, ihr möchtet zehn haben, ne? So. Uh, und sie sinkt schon. Aber hat sie nicht gesagt? Drei? Guck mal hier, den Stock. Den braucht sie jetzt scheinbar nicht mehr. Upsi. Gut, mit dem Stock kommen wir da oben dran. Oder es könnte natürlich alternativ auch hierfür gelten, ne? Warte mal. Aha. Okay. Alles klar. So. Äh, Sekunde mal. Nee, da oben, bitte. Und da hätte ich gerne den Stock. Das geht nicht? Bist du sicher? So. Wieso geht denn das nicht? Warum funktioniert das nicht? Hä? Das macht er gar nicht. Nee, da oben. Da oben. Jetzt? Das macht er tatsächlich nicht. Äh, 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 äh. Aber das ist doch ein astreiner Stock. Wo ist denn, äh, ja, wo ist denn das Problem? Okay. Was machen wir mit dem, mit dem, äh, Kiddo? Hm. Was macht, Moment. Da könnten wir noch was machen. Hier für den Stock? War das der Plan? War auch nicht der Plan. Hm. Und der, der braucht einen Magneten. Moment, ist da noch jemand? Nee, da ist jetzt keiner mehr dran. Okay. Der braucht den Magneten. Oh, warte, Moment. Natürlich, aber den Magneten können wir doch mit dem Stock holen, ne? La, 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 la. Hüpf. Hüpf. Ja, sehr gut. Sehr gut. Geh mal weiter. Nee, das möchte ich nicht nochmal so gerne. Nee. Lass mal. So, hier. Achso, ich muss jetzt, ja, okay, mach das schon von alleine. Sehr gut. Hey, danke. Hey, dann darf ich jetzt durch. Astral. Astral. So, hier. Äh, das sollte gehen. Das funktioniert. Na? Oh. Oh nein. Oh nein. Ah, der arme Vogel. Warum machst du sowas? Warum machst du sowas nur? Okay, jetzt können wir aber ganz nach links rüber gehen und dem Typen den Magneten geben, ne? Oh. La, la, la. Er ist da. Ja, du hast voll die Tolle. Das ist, äh, die Matte ist der Hammer. So. Hier. Ähm, du möchtest doch immer die Hammer, ne? Ignoto Zaborik. Mhm. Hey. Uh. Und? Ha. Uh. Voll die fette Kohle. Okay. Also, zwei Dinge. Erstens, das nehmen wir mit. Ja. Achso. Hm. Äh. Das scheint aber nichts mehr zu bringen, oder? Äh. Äh. Oh. Hier, da der Helm, der könnte interessant sein. Äh. Oh nein. Was soll ich denn machen? Äh. Kann ich das nicht hochholen? Oh doch, ich kann. Okay. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das soll ich offensichtlich nicht hochholen. Wie. So. Nach da geht's auch noch weiter? Nein, nicht dein Ernst. Ich bin nicht ganz sicher, was wir brauchen. Fünf Mal. Okay. Ach, 0 von 5. Ich soll da 5 reinpacken. Okay. Warte. Äh. So, Nummer 1. Okay. Nummer 2. Ja. Nummer 2. Mal gucken, wo sind die andere? Ach, da komm ich gar nicht dran. Okay. Das klappt ja nicht. Was soll denn hier hin? Hier sieht aus, als ob der Gewicht reingehört, ne? Kann das sein? Ja, dann komm mal mit. Mal gucken, was passiert. Ja, da gehört ein ganz bestimmtes Gewicht hinein. Ist noch nicht klar, welches. Äh. Also, wie viel? Ja. Noch einen? Ich nehme mal den da. Ja. Oh. Da ist es daneben. Ja. Physik ist eine Bitch. Ich sag's euch. Ja. Noch mehr. Okay, was Kleines, ne? Du vielleicht. Du siehst aber schwer aus. Ja. Sehr gut. Essig grün. Und was wird jetzt noch raus? Und? Oh. Ach, du liebe Zeit. Oh, meine Güte. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Wir können da noch mehr in, 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 äh, Dings umwandeln. Okay, ja. I'm so very much sorry. So. Und da, uh, ah, das war daneben. Mist. Äh, na komm schon. Okay, so. Ja, Nummer drei von fünf. Yes, 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 yes. So, den Rest kriegen wir auch noch dahin. Ja, 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 ja. Okay, ich will auf jeden Fall an die Gummiente. Ja. Du kommst auch bitte mal mit. Oh, das war aber sowas von daneben. Na komm. Ja, hier. Oh, meine ich kann noch zwei tragen. Ach cool. Gut, bringt nicht viel. Aber hey. Äh, noch was Kleines, ne? So. Und? Das reicht gerade nicht. Mist. Noch was Kleines. Oh nein, nur das eine. Äh. Alter, ich stelle mich dabei aber auch blöd an. Hör mal. Nein. So, du kommst jetzt mal mit. Äh. Was Trägheit nicht alles machen kann. Gut. Jetzt renne ich aber nicht gleich wieder rüber zur Seite. Vögel, passt auf. Und? Oh, meine Güte. Ja. Und da ist wieder das Pupsgeräusch. Ich fasse es nicht. Ah. Ja. Herrlich. Schön. Äh. Ach, hier ist er ja. So. Hui. Oh, das reicht schon. Okay. Ja. Sehr gut. Im Grunde haben wir es jetzt schon. Aber hey. Wunderschön. Wunderschön. So. Komm mal mit. Wir brauchen ja nur fünf sammeln, ne? Also, fünf für das Dings. Fünf für. Ah. Wie? Nein. Fall da doch nicht raus. Was machst du denn da? Komm, bleib schön da drin. Hui. Siehste? So. Aber das Gummi-Ähnchen, das kommt nicht mit. Das ist sehr schade. Oh. So, aber du. Du kommst doch bestimmt mit, ne? Was ist, wenn wir jetzt einen mehr haben? Fünf sollen wir ja hinkriegen. Das hier wäre jetzt Nummer sechs. Das ist sozusagen ein Bonuspunkt. Für Leute, die keinen Bock haben, das dreimal zu machen. Juhu. So. Alter. Alter, echt jetzt? Ich trau mich nicht. Okay. Ich möchte alle sechs haben. Ich habe sechs gesammelt. Mhm. Ich hab nur fünf bekommen. Okay. Den nehm ich auch mit. Yes. Meiner. Juhu. Aber damit kann ich weiter nichts machen. Hm. So. Was machen wir jetzt hier mit? Mit dem T-Shirt. Was habe ich denn am Start? Hm. Kann ich das Kind wohl irgendwie ablenken oder so? Wenn ja, wie? Vielleicht kann ich das auch mit der Blume machen. Uiuiui. Völlig unauffällig. So. Moment. Kann ich nicht. Okay. Damit geht's auch nicht. Und mit dem Tierbildchen geht's auch nicht. Das ist ja schade. Und hier fängt er gleich an zu quäken, ne? Also, das wird noch nichts. Irgendein Spielzeug oder so. Hm. Halt. Da liegt ja noch einer. Ah. Ja. Nummer acht. Moment mal. Kann das sein, dass der hier überall die Dinger verloren hat? Bestimmt, ne? Hüüü. Und die da ist auch noch einer. Und hier hat sich noch niemand gegriffen. Oh. Ja. Wären den Penny und so, ne? Hm. Neun. Aber er verspielt doch bestimmt sein ganzes Geld. Kann das sein? Ja. Ihr seid glücklich, ne? Hey. Hey, ist alles okay? Schalui ma ke? Hm. Äh. Waaas? Dann eben. Okay, wir haben einen Moorhuhn dabei. Sehr gut. Ja, das freut mich sehr. So, und letzter. Yeah. Zehn Stück. So, was ist hier, Leute? Ich möchte mitspielen. Habe ich. Äh, ach so. Warte. So. Ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Hä? Was ist das für ein Spiel hier? Äh. Mit Y kann ich eine Info aufrufen. Okay. Zwei, drei. Okay, wir haben höchsten Setzt. Größer als 30. Was? Größern gleich 30? Okay. Ich probiere es einfach mal. Wir können ja im Zweifelsfall... Äh, holen wir es. Warte mal. Aha. Oh, ich habe alles gesetzt. Super. Na, spitze. Äh, zehn hat gewonnen. 12 von 30. Fünf ist nicht so gut, ne? Ich kann nicht setzen. Warum kann ich nicht setzen? Okay. Hä? Darf ich nicht? Fünf. Die elf. Okay. Ich kann maximal zwei setzen. Ne, aber das ist doch dumm, weil ich soll ja auf 30 kommen, ne? Hä? I don't get it. I don't get it. 13. Ich kann maximal drei setzen. Gut, mache ich. Maffe ich nicht. Hm? 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 Hä? 13. Jetzt fange ich an und ich habe wieder einen Kronkorb mehr bekommen. Aber da ich maximal vier setzen kann, habe ich doch verloren, ne? Ich kann gar nicht setzen. Hä? Ich raffe das nicht. Verstehe das irgendjemand, wie das funktioniert? Eine Acht. Jetzt habe ich fünf von den Kronkorben. Und ich kann wieder nicht setzen. Ich kann gar nichts machen. Hä? Okay, jetzt bekommt er mit der Sechste hin. Okay. Plus eins. Elf. Sechs. Ich kann auch sechs setzen. Ich kann nicht setzen. Ich kann nicht setzen. Brücke ich die falschen Tasten. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann nichts machen. Warum kann ich nichts machen? Okay. Moment, sieben. Der andere hat die gehabt. Achso, ja, okay. Gut, zwölf. Da will ich jetzt gerne mal rangehen. Mit zweien. Zwei. Was soll's. Er möchte die unbedingt haben. Ich habe schon verloren, ne? Sieben. Aber dann ist der da oben. Ist über 30. Okay, der ist raus. Okay. Warte mal. Hä? Er? Moment. Ach, größer gleich 30. Okay, also die sieben. Ah, der geht aber schon gleich in die vollen. Was? Nee, mach ich nicht mit. Okay. Nee, ich warte auf was besser was. Sieben. So. Neun. Schon besser. Er sitzt trotzdem nur zwei. Er kann nur einsetzen. Ich könnte alles setzen. Ich nehme mal drei. Ich nehme mal einen, der überbietet, ne? Tut er nicht? Ach. Okay. Dann geht das an mich. Okay. Zehn. Sehr gut. Zwei. Wir können drei setzen. Ja. Okay. Geht dann den da oben. Sehr gut. So. Eine neun. Ja. Nehmen wir mal. Ach, was soll's. Der macht's nicht. Der überbietet. Okay. Geht er also an den da oben. Ach, eine fünf. Zwei. Drei. Nee, da mach ich nicht mit. Eine fünf ist zu wenig. So. Jetzt hat er nämlich nur noch einen. Das ist der Puppe. Nochmal eine fünf. Der kann ich... Doch, der geht mit. Zwei. Ich nehme mal drei. Mal gucken, ob er überbietet. Tut er nicht. Okay. Fünfzehn. Der sammelt ganz schön viel hier. Eine sechste. Da mach ich mit. Kleinvieh macht auch mit. Der macht nicht mit. Worauf wartet er? Der will uns alle ausstechen. Drei. Oh, der ist schon fast soweit. Dreizehn. Uh. Ich setze alles, was ich habe. Zehn. Der macht jetzt mit wetten. Ja, sag ich doch. Elf. Okay. Gut. Dann bekommt er links den Zuschlag. Was bedeutet, dass er nur noch ganz wenige Münzen hat? Naja, ganz wenige ist übertrieben. Dreizehn. Ausgezeichnet. Fünf. Na gut. Der kann nicht mitgehen. Der andere auch nicht. Aber wir können mitgehen. Sechs. So, jetzt brauchen wir nämlich nur noch einen. Ne, drei. Oh, Mist. Drei. Okay. Der. Sechs. Der kann nicht mitgehen. Ich könnte sieben sagen. Der geht. Ja, der sticht uns. War klar. Okay. Zehn. Jetzt haben wir gewonnen. Acht. Weil die anderen nämlich nichts machen können. Genau. Das ist ein cooles Spiel. Und. Yeah. Yeah. Acht rein. Oh. Ich nehme mal den Lolli mit, okay? Ich weiß zwar noch nicht, wofür. Ach, für das Kind. Und. Warte mal. Das muss ich noch eben machen. Das muss ich noch eben ausprobieren. So. Der ist bestimmt für das Kido, ne? Aber hier, das hier müssen wir auch noch erledigen. Noch sind wir nicht durch. Aber die Rätsel werden echt komplexer. So. Erstmal schnell am BH gezupft. Die Rätsel haben wir auch noch ein Kürbis. So. 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 Dann brauchen wir nur noch einen Kürbis oder irgendwie sowas, ne? Ja, wir müssen noch irgendwie eine Vogelscheuche erzeugen. Kann ich hier schon mal was machen? Was? Katze. Dann Eule. Und Schwein. Okay. So, alles klar. Gut, ja. Hier machen wir auch gleich weiter. Also gleich ist morgen. Aber lustig. Echt witzig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020